Wer schießt jetzt? Muss dich nur jemand trauen! Ja komm her! Du bringst hier Probi, oder? Ja, was soll man? Hallo, wer hat jetzt schon wieder weggedrückt? Ich? Alles geil! Ich! Lauf! Wie lauf! Guck mal, was du gespielt hast! Das ist ja als Amor, noch schneller! Geh durch! Steck durch! Ach! Ach! Grünes Meti! Maretz! Jawoll! Boah, Junge! Ey, als ob ich mein Leben an der Fall beziehen würde! Ein Tor! Ein Tor! Wie soll ich spielen, Mann? Der Controller macht, was er will! Ey, Breed Donalds! Und alle haben mich nicht auf dem Zettel gehabt! Zack, ein Tor! Ein Tor! Ich hab' mich da durchgesetzt! Wir gucken's natürlich nochmal, genießen nochmal, zurücklehnen! Guck mal, diese Einzelleiste von Bernd! Es ist zwar noch nicht mal so gut! Ich rede richtig ab! So schnell! Meti spielt immer direkt ein Ballkontakt! Ich geb' den Ball zur Vorlage! Ich halte den Ball nicht länger als zwei Sekunden! Ein Vorzeiter! Das ist ja deine Xbox, ne? Ja, jetzt wissen wir warum! Liegt an der Xbox! Deswegen gewinnt er auch 39 Spiele! So will ich auch nicht! Ja, jetzt! Gut gemacht! Das ist so ein Witz, Mann! Das geht nicht mehr! Ja, ganz ehrlich! Jetzt wirst du alles rechnen! Das ist mir egal! Hä? Das konnte gar keinen Abstoß geben! Das kann doch! Oh, hast doch gesehen, wie es geht! Null Schiss haben wir! Ey! Domination! Domination, Freunde! Was ist das für Schüsse? Cooler Abball! Was macht man so am besten, wenn man den Ball hinten hat? Junge! Ich spiele auf Zeit! Abwerfen auf! Ja! Das ist egal! Nein! Schieß! Nein! Nein! Oder so! Oder so! Oder so! Ey, ich schieße zwei Mal aufs Tor! Zwei Tore! Was ist da los? Leon! Du Retschka! Kann doch nicht sein, Mann! Ich kann doch nicht sagen! Ich kann doch nicht sagen! Bei uns wäre es abseits gewesen! Ja, doch! Perfektes Timing, Freunde! Zuckerfässchen! Also! Genau durch die Beine auch noch! Da hat man ein Auge für, ne? Neul! Nur noch acht! Acht! Kriegen wir hin, oder? Ist doch knapp ne Halbzeit! Jetzt komm! Das ist ja nicht schneiden! Doch, doch, doch! Ey, Alter! Nein! Auge! Ey! Das Auge! Das ist echt unglaublich! Halbchance da! Alter! Die Halbchance! Guck mal! Schön! Guck mal! Diese Übersicht von Schalke! Und jetzt auf Dritte! Boah! Wie er sich denn auf den Kopf gelenkt hat! Ja, ja, okay! Dann kann man auch mal von drei Schüssen geht dann auch einer Mann nicht rein! Das war das! Ganz stark! Souverän! Souverän, Freunde! Also! Gutes Spiel! Viel Glück dabei, aber! Gutes Spiel! Gutes Spiel! Gutes Spiel! Es sind schon ganz andere Größen an mir gescheitert! Noch nicht, aber vielleicht die gleich! Du bist so heiß! Du bist so heiß einfach! Ja! Oh! 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 Locker! Links! Ah, Danny, da habe ich gute Erinnerungen! Der Klub provokant, oder? Ja! Das ist so heiß! Oh! 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 Nein! Ich wollte dir sagen, wo das hieß. Nein! Gesehen! Das kreisliche Auge! Nein! Nein! Das zählt als gehalten, oder? Ich hab Posten gemacht. Dann, dann passt es ja! Nein! Fuck! Wie bei FIFA, Jungs! Oh, Danny! Nein! 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 Danny! Ich darf nicht fest in die Hand nehmen! Oh! Oh! Ja! Oh! Oh! Fischstrafe! Von drei von drei! Bist du scheiße? Da hab ich im FIFA 10-0 gegen dich gewonnen und letztes von mir! Ja, irgendwo muss ich das ja ausgleichen, oder? Und das ist nicht so gut! Bist du scheiße? Bist du scheiße? Bist du scheiße? Bist du scheiße? Ne! Auch wieder hingebaut! Das war unser Tag bei Schalke 04 E-Sports, beziehungsweise auch bei Schalke 04 und das Video ist glaube ich ziemlich cool geworden und wir hoffen es gefällt euch, wir sind jetzt wirklich auf dem Weg zum Ausgang, gehen zum Auto und dann heißt es nach Hause und wir haben einige Videos aufgenommen, wir hoffen es gefällt euch und jetzt wird es langsam dunkel, ihr merkt es, im Hintergrund könnt ihr noch mal ein paar Bilder sehen, das ist hier so die VIP-Launch, und wir müssen mal so rumdrehen, weil es ist zu dunkel und es war richtig cool, also ihr findet alles unten verlinkt, auch von Till und von Danny, den Dudi könnt ihr auf Instagram abchecken, verlinke ich euch auch nochmal und ja, war ziemlich cool, was sagst du Silvan? Ja, war ein super Tag, auch mit so einem Stargast, den ihr im Video sehen werdet, das war schon... Ja, ich glaube ihr habt ihn schon gesehen, also Gerald Asamoah, richtig lässiger Typ, aber ich glaube der muss noch mal 11 Meter üben, auch als Trainer, der hat jetzt seinen Trainerschein bestanden, Freunde, und er hatte gesagt, wenn ich einen halte, einen Elfer, dann macht er 10 Liegestütze, also ich muss den auf jeden Fall nochmal treffen, weil ich habe noch einen gut bei dem... Oder zwei, oder zwei, weil er zwei, einen habe ich ja gut weggeguckt, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wir hoffen, das Video hat euch gefallen, bis demnächst, ciao. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns beim nächsten Mal.